her jo hallo leute und herzlich willkommen zu unserem 200 abonnenten special oder eigentlich ist nicht s special sondern es ist nur die info zum special und als allererstes wollten wir uns bedanken für die 200 abonnenten auf jeden fall richtig 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 geil da wissen nicht die stolz und ja was machen wir denn eigentlich als bäscher wir machen ein minecraft battle und wenn ihr damit machen wollt also dass sich für unsere alle abonnenten oder auch welche die uns nicht abonniert haben das können wir nicht überprüfen also ja ja stimmt wie soll man es egal wenn ihr euch anmelden wollen könnt ihr uns entweder eine pn schreien ein kommentar oder eine skype nachricht der name wird in der beschreibung stehen und ja in der pn oder in dem kommentar oder in der skype nachricht muss euer minecraft name stehen und ja es geht auch crack minecraft also jeder kann mitmachen auch der wo minecraft nicht gekauft hat also für alle die gleiche chance unter und wenn ihr selber aufnimmt also wenn ihr selber videos macht könnt ihr auch euren ähm also könnt ihr das auch aufnehmen ja könnt ihr es reinschreiben wenn ihr das battle aufnimmt dann verlinken wir das ganze und wenn ihr oder wenn ihr zum beispiel jetzt die anmeldung über youtube macht dann schreibt doch auch euren skype namen rein wenn ihr skype habt aber das ist natürlich eigentlich voraussetzung werden wir eine ähm ja so ein battle ähm gruppe eröffnen wo dann alle drin sind da bekommt ihr dann alle infos wann es beginnt und alles mögliche halt äh ja das halt dass ihr auch euren skype namen bitte irgendwo reinschreibt ja und ja das ganze battle wird auf einem minecraft server laufen der ist von uns und ja da machen wir ein plug-in drauf für solche battles und für das wärs eigentlich was gibt es noch zu sagen ach ja im hindergrund seht ihr irgendein gameplay von keine ahnung was muss ich nämlich noch entscheiden aber das ist wahrscheinlich jetzt eh schon vorbei ja und also nochmal kurz zusammengefasst ähm anmeldung pn äh kommentar oder skype skype name unten in der beschreibung und ähm ja information ähm euer minecraft name geht auch gleich euer skype name und wenn ihr aufnehmt natürlich äh plus hinschreiben ich habe einen youtube kanal und natürlich den link dazu posten weil dann werden wir euch äh verlinken bei uns also wir werden natürlich aufnehmen oder werden wir auf werden wir selber mitmachen oder werden wir so kommentator sein ja ich würde sagen einer macht mit einer kommentiert das ist ja stimmt oder oder so wir wissen ja mehr vielleicht vielleicht kriege ich ja noch jannis oder so dass wir halt mehrere kommentator sind dass ich das halt in so einem vierer split dann irgendwie keine ahnung wissen wir noch nicht es wird aber noch alles bekannt gegeben ja und sonst nichts oder die regeln gibt es dann alles in skype also schreibt auf jeden fall euren skype name dazu und wenn ihr kein skype habt dann werden wir euch einfach anschreiten aber ich glaube das kommt eh nicht vor ja das wäre es eigentlich ja dann natürlich vielen dank fürs zuschauen und dann hoffen wir natürlich dass viele mitmachen und sagen einfach mal bis zum nächsten mal tschüss so